Aus den Botschaften der Freude Liebe Freundin, lieber Freund, Bejahe dein ganzes Selbst, alle Ebenen und Dimensionen deines Seins. Sage Ja zu deinem Körper, deinen Gedanken und deinen Gefühlen. Sage Ja auch zu den verborgenen, ungewöhnlichen und etwas exotischen Seiten von dir. Nimm dich an, wie du bist und mit allem, was du bist. Erforsche und entdecke dich. Habe doch keine Angst oder Scham oder Scheu vor dir selbst. Sage Ja.